Textbuch, Ein Kurs in Wundern, Kapitel 31, Die letzte Schau, Nummer 6, Den reinen Geist wiedererkennen, Seite 663 bis 665. Du siehst das Fleisch oder erkennst den reinen Geist wieder. Zwischen beiden gibt es keinen Kompromiss. Wenn eines wirklich ist, dann muss das andere falsch sein, denn das, was wirklich ist, leugnet sein Gegenteil. In der Schau gibt es keine andere Wahl als diese. Was du hierin entscheidest, bestimmt, was du siehst und was du für wirklich und für wahr hältst. Von dieser einen Wahl hängt deine ganze Welt ab, denn hiermit hast du festgelegt, was du bist. Fleisch oder reiner Geist, nach deiner eigenen Überzeugung. Wenn du das Fleisch wählst, wirst du dem Körper nie als deiner eigenen Wirklichkeit entrinnen, denn du hast die Wahl getroffen, dass du es so haben willst. Wähle jedoch den reinen Geist, dann neigt der ganze Himmel sich herab, um deine Augen zu berühren und deine heilige Sicht zu segnen, auf dass du die Welt des Fleisches nicht mehr sehen mögest, außer um zu heilen, zu trösten und zu segnen. Erlösung ist Aufheben. Wenn du dich entscheidest, den Körper zu sehen, erblickst du eine Welt der Trennung von beziehungslosen Dingen und Ereignissen, die keinerlei Sinn ergeben. Dieser erscheint und verschwindet im Tod. Jener ist zu Leiden und Verlust verdammt. Und niemand ist genauso, wie er einen Augenblick zuvor war und wird schon einen Augenblick danach nicht mehr derselbe, der er jetzt ist, sein. Wer könnte da Vertrauen haben, wo so viel Veränderung gesehen wird? Denn wer ist würdig, wenn er doch nur Staub ist? Die Erlösung ist das Aufheben von alledem. Denn Konstanz steigt in der Sicht derjenigen auf, deren Augen die Erlösung davon befreit hat, auf den Preis der Schulderhaltung zu schauen, weil sie die Wahl getroffen haben, stattdessen die Schuld loszulassen. Die Erlösung verlangt nicht, dass du den reinen Geist erblickst und den Körper nicht wahrnimmst. Sie bittet lediglich darum, dies solle deine Wahl sein. Denn du kannst den Körper ohne Hilfe sehen, doch du verstehst nicht, wie du eine von ihm unabhängige Welt erblicken kannst. Es ist deine Welt, welche die Erlösung aufheben wird und sie wird dich eine andere Welt erblicken lassen, die deine Augen niemals finden könnten. Kümmere dich nicht darum, wie dies jemals sein könnte. Du verstehst nicht, wie das, was du siehst, erstand, um deiner Sicht zu begegnen. Verstündest du es, wäre es vergangen. Der Schleier der Unwissenheit ist vor dem Bösen und dem Guten vorgezogen und muss durchschritten werden, damit beides verschwinden möge, so dass die Wahrnehmung kein Versteck mehr findet. Wie wird das getan? Es wird gar nicht getan. Was könnte es im Universum geben, das Gott erschaffen hat, was noch getan werden müsste? Nur in der Arroganz könntest du dir vorstellen, dass du den Weg zum Himmel ebnen musst. Die Mittel werden dir gegeben, durch die du die Welt sehen kannst, die diejenige ersetzen wird, die du gemacht hast. Dein Wille geschehe. Im Himmel, wie auf Erden, ist das ewig wahr. Es ist nicht von Belang, wo du zu sein glaubst, noch wovon du denkst, dass es wirklich die Wahrheit über dich sei. Es macht keinen Unterschied, auf was du schaust, noch was du zu fühlen, zu denken oder zu wünschen wählst. Denn Gott selber hat gesagt, dein Wille geschehe. Und er geschieht dir dementsprechend. Du, der du glaubst, du könntest die Wahl treffen, den Sohn Gottes so zu sehen, wie du ihn haben möchtest. Vergiss nicht, dass kein Konzept deiner selbst der Wahrheit dessen, was du bist, je widerstehen wird. Die Wahrheit aufzuheben wäre unmöglich. Doch Konzepte sind nicht schwer zu ändern. Eine Schau, deutlich gesehen, die nicht zu dem Bild passt, wie es zuvor wahrgenommen wurde, wird die Welt für Augen ändern, die Sehen lernen, weil sich das Konzept des Selbst verändert hat. Bist du unverletzten, dann ist die Welt harmlos in deiner Sicht. Vergibst du? Dann vergibst du die Welt, denn du hast ihr ihre Fehler vergeben und daher zieht sie dich mit Augen an, die so wie deine sehen. Bist du ein Körper? Bist du ein Körper? Dann wird die ganze Welt als verräterisch wahrgenommen und als auf Töten aus. und ohne das Versprechen der Verwesung und das Sünden mal auf dir? Dann wird die Welt als stabil gesehen und deines Vertrauens völlig würdig, ein glücklicher Ort, an dem man eine Weile ruhen kann, wo man nichts zu fürchten, sondern nur zu lieben braucht. Wer ist denen unwillkommen, die guten Herzens sind? Und was könnte die wahrhaft Unschuldigen verletzen? Dein Wille geschehe, du heiliges Kind Gottes. Es ist nicht von Belang, ob du denkst, dass du auf Erden seist oder im Himmel. Was dein Vater von dir will, kann sich nie ändern. Die Wahrheit in dir bleibt so strahlend wie ein Stern, so rein wie Licht, so unschuldig wie die Liebe selbst. Und du bist dessen würdig, dass dein Wille geschehe. sein Please, Und du bist ... Untertitelung des ZDF, 2020